Guten Tag, ich heiße Dr. Eduard Anduja. Ich leite die Forschungsabteilung von LifeFarm. Wir werden heute alle einzelnen LifeFarm-Produkte besprechen. Laminine, Omega-3+, Digestive-3-plus und Immune-3-plus. Wie sie als Einzelne und im Zusammenhang funktionieren, um ihnen bei einer gesunden Lebensführung zu helfen und die Alterserscheinungen zu minimieren. Fangen wir an. Zunächst möchte ich Sie daran erinnern, dass meine Aussagen keiner Prüfung durch die FDA unterliegen. Mit diesem Produkt soll keine Krankheit diagnostiziert, behandelt, geheilt oder verhindert werden. Jegliche Fragen oder Anliegen bezüglich Ihrer persönlichen Gesundheit sollten Sie stets mit Ihrem eigenen Arzt besprechen. Alterung ist ein natürlicher Prozess und wir altern jeden Tag, von Geburt an. Zu den vielen Vorgängen, durch die wir altern, gehört, dass alle unsere Zellen Schaden nehmen. Vom UVA- und UVB-Licht, Giftstoffe in unserer Umwelt, unausgewogene Ernährung, Stress, sowie einen Faktor, über den wir keine Kontrolle haben, nämlich die Zeit. Es stellt sich also die Frage, was können wir tun? Wir können uns gut ernähren, Sport treiben, ausreichend schlafen, aber wir müssen uns besonders den Systemen widmen, die vom Altern am stärksten betroffen sind. Drei Systeme degenerieren dadurch. Der Verdauungsapparat, der Kreislauf und das Immunsystem. Die Frage ist nun, wie kümmern wir uns um diese Systeme? Wir müssen uns so um diese Systeme kümmern, wie wir uns um ein Haus kümmern. Ich werde Ihnen eine Analogie zeigen, wie unsere Körper funktionieren, die das Ganze an einem Haus verdeutlicht. Und dann etwas detaillierter über jedes der Produkte sprechen. Beginnen wir mit Laminine. Laminine kombiniert Extrakte aus neun Tage alten, befruchteten Vogeleiern, Fischproteine und Phyto, das heißt Pflanzenproteinen. Dieses Produkt liefert die komplette Reihe an 22 Aminosäuren, die für die Zellen von elementarer Bedeutung sind. In der Hausanalogie ist Laminine das Fundament. Es bildet im Körper den Grundstein für Gesundheit, so wie das Fundament ihr Haus stützt. Das Fundament ist immer das Wichtigste an einem Haus. Als nächstes kommt Omega 3 Plus. Omega 3 Plus kombiniert Omega 3, 6 und 9 aus wirkungsvollen, sicheren und effektiven Fisch- und Pflanzenquellen, zusammen mit Coenzym Q10 mit verzögerter Wirkstoffeinsetzung, sowie Vitamin K2 und einer sehr geringen Menge Extrakt aus befruchteten Vogeleiern. Omega 3 Plus unterstützt einen optimal funktionierenden Kreislauf im ganzen Körper, ganz so, wie ein Haus gut durchlüftet werden muss. Ohne richtiges Lüften können Sie in Ihrem Haus Staub, Schmutz und ähnliches ansammeln. Auf ähnliche Weise kann sich Schlechtes, also LDL-Cholesterin, in Ihren Blutgefäßen anstauen. Ein weiterer wichtiger Teil eines Hauses sind die sanitären Anlagen. Das Haus kann ohne sanitäre Anlagen nicht funktionieren und ebenso kann der Körper nicht funktionieren, wenn das Verdauungssystem nicht intakt ist. Digestive 3 Plus stellt sicher, dass Sie das in Ihrem Körper behalten, was Sie brauchen, und Sie das loswerden, was Sie nicht brauchen. Der vierte Teil Ihres Hauses sind die Wände. Wir brauchen die Wände, Sie schützen sie vor den Elementen. Das gleiche gilt für Immune 3 Plus. Es stärkt und schützt Ihr Immunsystem und hilft so, es vor fremden Substanzen und Bakterien abzuschirmen. Das wiederum stärkt Ihre Gesundheit. Wenn wir all diese Produkte zusammenstellen, erhalten wir ein starkes Haus, ein Kraftwerk für volle Gesundheit. Nachdem wir nun die Hausanalogie und jedes der Produkte durchgegangen sind, wollen wir über die Produkte reden und wie sie wirken, insbesondere im höheren Alter. Zunächst zu Laminine. Hier eine Gedächtnisstütze, mit der Sie sich die neuen Vorteile von Laminine leichter merken können. Nämlich A, B, C, D, E, F und 3 mal S. A steht für Anti-Aging, B für Brain, Gehirn, also Gedächtnis, und C für Kollagen, also die Haut. D steht für D-H-E-A, welches Ihre Libido reguliert. E steht für Energie, F für Fast, Schnelle, Muskelerholung. S steht für Schlaf, da Laminine ihren REM-Schlaf reguliert. S steht für Stress, denn Laminine reguliert den Kortisol-Spiegel, der Stresshormon. S steht auch für stabile Emotionen, weil Laminine den Serotonin-Spiegel reguliert. Wir wissen, dass Laminine viele Vorteile hat, und diese Vorteile variieren von Person zu Person. Aber was Laminine ganz grundsätzlich tut, ist, die wichtigsten Bereiche des Körpers anzusteuern, sodass es den Grundstein für vollkommene Gesundheit legt. Nun zurück zu unserem Kraftzentrum und zu einem wirklich entscheidenden Punkt. Während Laminine den Grundstein für vollkommene Gesundheit legt, erreicht es nicht seine volle Wirkung, wenn es seine Zielorgane nicht erreicht. Aus diesem Grund brauchen wir Omega-3+, Digestive-3+, und Immune-3+. Was das Altern betrifft, nehmen die Probleme im Verdauungstrakt früh ihren Anfang. Die natürliche Produktion von Verdauungsenzymen sinkt um rund 10% pro Jahrzehnt ab dem 20. Lebensjahr. Das ist ein sehr junges Alter. Ohne genügend Enzyme im Körper werden Laminine und auch andere vollwertige Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, nicht korrekt verdaut. Und wir können nicht alle Nährstoffe aus ihnen absorbieren. Die Lösung dafür ist Digestive-3+. Die Dreifachformel aus Protobiotika, Präbiotika und Enzymen, die für eine vollkommen gesunde Verdauung sorgt, vom Magen bis zum Dickdarm. Digestive-3+, enthält Enzyme, die Ihnen bei der Verdauung von Kohlehydraten, Fetten und Proteinen hilft, was entscheidend ist, wenn Sie Laminine nehmen. Laminine ist pures Protein, weshalb wir im Digestive-3+, vier verschiedene Enzyme zur Verdauung von Proteinen haben. Gut. Mit einem nun gesunden Verdauungssystem gilt es, den Kreislauf anzugehen. Das Problem ist, dass mit zunehmendem Alter unsere Arterien verstopfen, aufgrund von Oxidation, Calcium und dem schlechten Cholesterin namens LDL. All das behindert den Blutkreislauf. Wir brauchen also ein Produkt, das gezielt all diese Ursachen dieser Arterienverstopfung bekämpft, damit Sie weiterhin gesunde Arterien haben. Und dieses Produkt ist Omega-3+. Wenn Laminine und Omega-3-Plus durch den Körper wandern, tun Sie genau das. Sie bekämpfen Oxidation, Calcium und LDL-Ablagerungen. Auf dem Bild, das Sie hier gerade sehen, stehen die weißen Kreise für Laminine und die beigen Dreiecke für Omega-3+. Durch Laminine und Omega werden die Arterien sauber und ihr Kreislauf ist wieder bei bester Gesundheit. Jetzt ist Laminine also im Verdauungstrakt und im Blutkreislauf angekommen und kann seine Arbeit aufnehmen. Richtig? Nun, das stimmt nur dann, wenn sich nichts anderes sich noch in den Weg stellt. Ein weiteres Problem, vor das das Altern uns stellt, dass das Immunsystem weniger effektiv wird. Und wenn das Immunsystem in einem Teil des Körpers beeinträchtigt ist, wirkt sich das auf den ganzen Körper aus. Ich möchte auf eine Aussage des National Institute of Aging aufmerksam machen, die ich für sehr relevant halte. Die Forschung hat gezeigt, dass mit zunehmendem Alter körpereigene Immunzellen einen Teil ihrer Fähigkeit verlieren, miteinander zu kommunizieren. Dadurch wird es für Zellen schwieriger, angemessen auf eventuell schädliche Keime, auch Pathogene genannt, zu reagieren, darunter Viren und Bakterien. In jungen Alter erholt man sich relativ schnell. Aber wenn wir älter werden, sind unsere Zellen nicht mehr so jung wie früher. Ohne ausreichende B, T und natürliche Killerzellen haben sie ein beeinträchtigtes Immunsystem und können die Millionen von Bakterien, die sie tagtäglich umgeben, nicht abwehren. Die Lösung dafür ist Immune 3 Plus. Es kombiniert drei verschiedene Mischungen. Die erste ist Life Sea. Die zweite ist OptiShield, eine Mischung aus drei Pilzen und Pflanzensorten. Die dritte ist Herb and Botanical, Kräuter und Botanik. Zusammen stärken diese Zutaten ihre B-Zellen, T-Zellen und natürliche Killerzellen und stärken damit ihr Immunsystem. Jedes der Life Farm Produkte, Laminine, Omega 3 Plus, Digestive 3 Plus, Immune 3 Plus werden aus sicheren, wirkungsvollen und effektiven Zutaten hergestellt, die wissenschaftlich als wirksam bewiesen sind. Nehmen Sie sie einzeln und Sie werden die positive Wirkung spüren. Aber wenn Sie sie kombinieren, ist die positive Wirkung noch stärker. Vorhin bin ich eine Gedächtnisstütze durchgegangen, mit denen Sie sich die Vorteile von Lamininen merken können. Und jetzt möchte ich Ihnen einen weiteren Gedächtnisstütz zeigen, mit welcher Sie sich die Vorteile von Omega 3 Plus, Digestive 3 Plus und Immune 3 Plus merken können. A steht für Absorption mit Digestive. B, T und natürliche Killerzellen kommen von Immune. C steht für Circulation, Kreislauf, mit Omega. D steht für Digestion, Verdauung, mit Digestive. E steht für Enhanced BP, Blutdruckstärken, mit Omega. F steht für Fuels, Kraftstoffe, probiotische und präbiotische, welche aus Digestive stammen. G steht für Gastric Coating, Magenschutzschicht, mit Immune. H steht für Herzpumpe, mit Omega. Und I steht für Immunstärkung, natürlich mit Immune. Jedes der Lifeharm-Produkte kann für sich genommen helfen, wenn Sie spezifisch mit dem Kreislauf, Verdauungs- oder Immunsystem ein Problem haben. Aber Sie können auch zusammen dafür sorgen, dass Laminine noch effektiver wird. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017